So, hello und willkommen zu einem neuen Video und danke fürs Einschalten, mein Name ist SmashNade und heute geht es also um die ACE 52 CQB. Der kolumbische Hersteller Indomail hat sich mit dem israelischen Hersteller EV oder auch Israel Weapon Industries zusammengetan und an der ACE-Serie von Waffen gearbeitet und diese ist wiederum auf der Galil basiert, das heißt unter anderem kam dann halt die ACE 52 CQB dabei raus. Die Freischaltung im Spiel ist natürlich auch bei dieser Waffe nötig, dazu müsst ihr ganz einfach 37.000 Punkte mit Karabiner Waffen erspielen. Karabiner haben generell den Vorteil, dass man sie mit jeder Klasse spielen kann und das gilt natürlich auch für die ACE 52 CQB. Das Schadensmodell bei dieser Waffe ist etwas anders als bei anderen Karabinern, zumindest bei den meisten und zwar haben wir hier einen relativ hohen Schaden von 34 auf eine Distanz von bis zu 8 Metern. Der fällt dann auf einen Schaden von 20% runter, aber auch erst, wenn der Gegner in einer Distanz von 50 Metern oder mehr steht. Summa summarum heißt das also auch, dass man nur 2-4 Treffer auf kurze Distanzen braucht und 3-6 auf etwas längere Distanzen, also 50 Metern oder mehr. Persönlich finde ich das eigentlich nur fair, dass man hier ein bisschen mehr Schaden hat, denn die Feuerrate bei dieser Waffe ist eher moderat und zwar 650 Schuss pro Minute und das liegt teilweise schon weit unter anderen Waffen, zumindest unter dem Wert, was man bei vielen anderen Sturmgewehren findet. Was man auch bei vielen Sturmgewehren findet, sind die typischen 2-Feuer-Modi, die man auch bei der ACE 52 hat und zwar den vollautomatischen und den Einzelschussmodus. Wenn man sich dann doch mal dazu entscheiden sollte, diese Waffe aus der Hüfte abzufeuern, denn, naja, man spielt sie vielleicht auf kurzen Distanzen oder auch im Close Quarter Combat, so wie es auch eigentlich schon im Namen der Waffe steht, merkt man wahrscheinlich, dass es etwas besser ist als bei vielen anderen Sturmgewehren. Das heißt, die Steuerung aus der Hüfte ist zwar immer noch moderat, würde ich mal behaupten, allerdings halt geringer als bei vielen anderen Sturmgewehren. Die ACE 52 ist ja sowieso schon ziemlich besonders, man hat es gemerkt, der Schaden ist etwas anders, dann hat man auch noch eine geringere Feuerrate als bei vielen anderen Waffen und dafür aber auch eine geringere Hüftstreuung und jetzt hat man auch noch eine geringere Magazinkröße von nur 25 plus 1. Die Nachleidezeit ist erstaunlicherweise ganz gut, da hat man 2,2 bis 3,1 Sekunden Wartezeit, kommt natürlich darauf an, ob eure Waffe kommt led leer geschossen ist oder noch mindestens eine Kugel irgendwo in der Waffe rumfliegt. Der Rückschuss der Waffe ist etwas höher als bei den üblichen Gewehren, die man so dabei hat, M16 oder die andere ACE 23 aus dem Sturmgewehrkit und so weiter und so fort, sind wesentlich einfacher zu kontrollieren als die ACE 52, die wir heute ansehen. Die ACE 52 CQB ist also definitiv eine Tapfire Waffe, gerade wenn man dann halt mal ein paar Gegner auf längere Distanzen hat und das muss gar nicht mal so lang sein, das heißt 50 Meter, das reicht schon völlig aus, um die Waffe ins Schwitzen zu bringen oder die Maus, die Hand, wie auch immer, denn teilweise ist das wirklich schwierig, den Rückschuss zu kontrollieren und ohne Feuerstöße läuft da in der Regel sowieso nichts. Auch die Kugelgeschwindigkeit ist hier nicht atemberaubend, das heißt auf kurze Distanzen ist man definitiv im Heimatgebiet dieser Waffe, auf längere Distanzen wird das echt schwierig mit nur 400 Metern pro Sekunde, das heißt mit einem Schalldämpfer könnt ihr in der Regel gar nichts mehr anfangen, das wird nämlich so unglaublich langsam und träge, schon fast sogar schwammig, dass man das besser sein lassen sollte. Wenn ich jetzt versuchen sollte, die effektive Distanz zu bewerten, würde ich hier auch eher, naja, kurz bis mittel sagen, irgendwie sowas um den Dreh, denn der hohe Schaden ist zwar echt gut, das heißt auch auf längere Distanzen könnte man halt was bewerkstelligen, allerdings ist hier doch sehr viel Rückstoß vorhanden und zusätzlich auch noch die Kugelgeschwindigkeit relativ gering. Setuptechnisch würde ich hier auf ein neues Visier umsteigen. Bei mir ist es halt immer ein Rotpunkt, in optimaler Weise ein Coyote-Visier. Das Sichtfeld mit den Ironsides wird hier schon deutlich eingeschränkt, das sieht man auch sehr viel bei mir im Hintergrund-Gameplay. Ich wollte es auch mal drinnen lassen, um euch zu zeigen, dass die Ironsides doch schon sehr hartnäckig sein können. Als zweites Teil auf meiner Waffe, der Ace-52 CQB, würde ich ein Laservisier mitnehmen. Optimalerweise natürlich ein grünes, denn das ist etwas weniger einfach zu sehen, beziehungsweise einfach weniger auffällig. Der dritte Aufsatz auf dieser Waffe würde bei mir die Mündungsbremse sein, oder im englischen Muzzle-Break, denn hier wird nochmal der Rückstoß nach oben verringert. Das heißt, der vertikale Rückstoß wird um 25% verringert. Leider werden damit auch direkt schon ein paar Negativ-Effekte herbeigeschwört, wenn man so will, denn, ja, mehr Streuung ist natürlich nicht so richtig toll. Und um das wieder wegzubekommen, könnte man zum Beispiel einen Rund- oder Kurzgriff verwenden und das ist dann bei mir Teil 4. Gerade bei einer Waffe wie der Ace-52 CQB, die ja doch schon relativ viel Rückstoß hat, könnte sich auch der angewinkelte oder der Klappgriff anbieten, denn hier wird der Rückstoß nochmal etwas mehr verringert. Warum ich als dritten Aufsatz zum Beispiel nicht den schweren Lauf nehmen würde, erklärt sich damit schon selber, denn damit wird man zwar etwas mehr Genauigkeit aus der Waffe holen können, das heißt, die Streuung wird etwas verringert, das ist natürlich gut, denn theoretisch wird man etwas mehr treffen können. Rein praktisch allerdings hat man natürlich den zusätzlichen Rückstoß und das heißt, wenn ihr den Rückstoß nicht kontrollieren könnt, geht die Kugel natürlich trotzdem nicht dahin, wo sie theoretischerweise landen würde. Die Ace-52 CQB ist also wirklich einen Blick wert, sie macht Spaß, sie kann vielleicht auch mit anderen Waffen mithalten und gerade dadurch, dass sie halt eine etwas andere Charakteristik hat, diese langsamere Feuerrate, dafür aber mehr Schaden und eine gute Hüftstreuung, könnte sie wirklich interessant werden. Naja, das war's auch erstmal schon wieder für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und natürlich etwas weitergeholfen hat und wer auf interessante Waffen steht, beziehungsweise etwas andere Waffen, die einen anderen Charakter haben, ja, der sollte sich die Ace-52 CQB garantiert mal ansehen. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Das war's auch erstmal schon wieder.